Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Genus Solo. Es ist endlich soweit, die Regel-Play-To-Reihe zu Cloud Spire geht los, im Speziellen im Solo-Modus. Wenn ihr wissen wollt, wie dieses Spiel funktioniert, dann solltet ihr auf alle Fälle dranbleiben. Ich wünsche viel Spaß dabei! Hallo liebe Strategen und Taktiker, es geht endlich los mit Cloud Spire, der Regel-Play-To-Reihe. Das Spiel von Ship Theory Games wird wieder massiv mit Chips gespielt. Es ist ein bisschen ähnlich angelegt von den Komponenten wie Too Many Bones. Ihr habt also jede Menge Chips, ihr habt Neopren-Material, ihr habt Würfel dabei, ganz ganz viel Sache. Und auch hinsichtlich der taktischen Tiefe wird Cloud Spire Too Many Bones in keinster Weise nachstehen. Im Gegenteil, ihr werdet wahrscheinlich sogar noch tiefer in das Spiel einsteigen müssen, um es optimal zu spielen. Um was geht es im Groben eigentlich? Ja, viel zur Geschichte ist momentan gar nicht so erzählt worden. Wir sind in einem Wolkenkönigreich. Man sieht hier diese Insel, das nennt sich Anka. Und in Anka gibt es eine sehr begehrte Energiequelle, die nennt sich The Source. Und mehrere Fraktionen streiten um die Vorherrschaft über diese Energiequelle. Und das Ganze wird halt gespielt, dass jeder seine Fraktion hat und versucht, die gegnerische Partei halt von seinem Territorium fernzuhalten, um halt ganz viel von dieser Energiequelle einzunehmen. Mechanisch funktioniert das Ganze so, dass ihr mit eurer Fraktion eine Heimatbasis habt. In dieser Heimatbasis könnt ihr diverse Truppen rekrutieren, Helden rekrutieren und diese sendet ihr den Gegner entgegen. Und das funktioniert so ein bisschen, wer sich da im Computerspiel-Genre etwas auskennt, wie eine Tower-Defense. Heißt, ihr habt Wellen an Truppen, die ihr dem Gegner entgegenstellt und dieser baut zur Abwehr natürlich auch Truppen, die ihm entgegenkommen. Und auf dem Weg, wo die Truppen lang marschieren, sind überall kleine Abwehrtürme. Und die Abwehrtürme haben verschiedene Fähigkeiten und die versuchen natürlich, diese Wellen an Gegnern aufzuhalten, dass sie halt nicht das gegnerische Lager erreichen. Und das Ziel des Spiels ist es natürlich, das gegnerische Lager einzunehmen, die Burg dort zu zerstören, das Tor zu zerstören, um halt die Vorherrschaft über das Gebiet zu bekommen. Im Grunde ist dieses Spiel oder diese Spielmechanik auch eher für den PvP-Mode, das heißt also Spieler gegen Spieler angelegt. Ihr könnt also quasi direkt gegeneinander antreten. Aber wie es für Ship Theory Games natürlich üblich ist, geht hier nichts ohne eine Solo-spielbare Variante. Und das ist hier nicht nur eine Variante, es ist ein epischer Bestandteil dieses Spiels. Denn wenn ihr Solo spielt, dann habt ihr eine komplette Solo-Kampagne, die ihr durchspielen könnt. Und es gibt sogar noch ein fettes Buch für eine Kooperationskampagne, das ihr also gemeinsam gegen das Spiel antretet. Auch das ist alles möglich. In meinem Playtour werde ich euch primär den Solo-Modus zeigen. Das heißt, wir werden uns dann das erste Szenario nehmen und dann werden wir es einfach durchspielen und werde anhand dieses Szenario auf alle Regeln eingehen. Dennoch, ich gebe euch die Empfehlung, deswegen werde ich diesen Playtour diesmal auch so strukturieren, dass ich versuche euch beide Varianten zu zeigen. Das einmal diesen PvP, also Spieler gegen Spieler und den Solo-Modus. Denn der Solo-Modus benötigt noch mehr Wissen an Regeln, weil hier werden ganz viele Sachen abgeändert. Denn ihr müsst natürlich die KI steuern und das benötigt noch ein paar ergänzende Regeln, die es halt im normalen PvP nicht gibt. Aus diesem Grund auch meine Empfehlung, wenn ihr das Spiel zum ersten Mal ausbreitet, startet nicht gleich mit dem Solo-Modus. Baut euch das Spiel mal so auf, wie es im Spieler gegen Spieler wäre und steuert einfach mal beide Fraktionen. Wird gleich zwei Standardfraktionen, die Browning und die Airs am besten, weil die beginnen hier auch in der Solo-Kampagne. Und dann wisst ihr schon mit beiden Fraktionen, wie sie sich im Grunde nach etwas spielen. Denn wie bei Too Many Bones, es ist essentiell, dass ihr die Fraktionen richtig kennt und richtig spielen könnt, weil ansonsten wird es ganz, ganz schwer in dieses Spiel hinein zu steigen. Daher werde ich euch in meinem Playtour auch parallel immer so ein bisschen den Abzweig bzw. die Information geben, wie es im PvP-Modus ist und was der Solo-Modus hier in dem Sinne anders hat. Des weiteren Cloudspire hat natürlich noch diverse Erweiterungen, auf alle Fälle noch eine weitere Fraktion, die werden wir hier in diesem Playtour nicht weiter behandeln, weil wir werden halt das erste Szenario spielen, da kommt diese neue Fraktion nicht vor. Nichtsdestotrotz, ich werde natürlich zu allen Fraktionen und zu allen sonstigen Fähigkeiten, die vielleicht über diese Landschaftsmarkierungen oder über die Söldner aus dem Markt da entstehen, noch eine extra Tutorial-Reihe machen, damit ihr halt jede Fraktion und jede Fähigkeit, die hier in dem Spiel kommt, wenigstens einmal gehört habt. Und dann werde ich euch natürlich, wie bei 2Many Bones, hier und da ein paar Beispiele zeigen, wie das Ganze dann auch plastisch und operativ funktioniert. Die zweite Erweiterung, die es dann noch dazu gibt, ist hier Portal Seekers. Da sind diverse neue Komponenten und ein neuer Spielmodus drin. Ich werde euch dann während des Playtours immer mal zeigen, wenn neue Komponenten aus dieser Erweiterung mit integriert werden. Denn auch das ist kein Muss, das ist optional einfach, dass man halt noch ein bisschen mehr Einheiten, noch ein bisschen mehr Landschaftsteile hat und und und. Aber zwingend nötig ist es nicht, bringt halt ein bisschen mehr Tiefe und Variabilität rein. Und es gibt auch, wie gesagt, einen speziellen neuen Modus hier mit Portal Seekers, der ist aber tatsächlich nur fürs PvP angelegt und wird hier im Solo-Modus keinen Einzug halten. Und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, genug der Vorrede, wir starten mit dem Aufbau für unser erstes Spiel und damit geht es jetzt los. In Cloud Spire gibt es 4 Fraktionen, aus denen ihr wählen könnt, eigentlich sogar 5, weil es gibt noch ein Add-on für eine weitere Fraktion, die Greech. Darauf würde ich, wie gesagt, heute mal komplett verzichten, da wir uns ja mit dem Solo-Modus beschäftigen, da benötigen wir eh nicht alle Fraktionen. Und wenn ihr im PvP spielt, wählt jetzt jeder Spieler seine Fraktion, wir haben hier die Brawnen, die Ares, dann die Narora und die Grove Tender. Also 4 Fraktionen und die können unterschiedlicher nicht sein, wie es meistens immer ist bei Ship Theory Games. Die Fraktionen unterscheiden sich gänzlich voneinander, sie haben unterschiedliche Mechaniken und unterschiedliche Fähigkeiten und das werden wir natürlich nach und nach kennenlernen. Für den Solo-Modus werden wir keine Fraktion wählen, denn wir wählen uns ja das erste Szenario aus der Kampagne und das geht los mit dem Brawnen. Das heißt, unsere Fraktion, die wir spielen, werden die Brawnen sein. Des Weiteren werdet ihr in jedem Szenario den Gegner bestimmt bekommen, der hier oben bei Opponent steht, in dem Sinne sind es die Ares. Das heißt, in unserem Solo-Spiel, was wir jetzt in dieser Plädtorei behandeln werden, wird es gehen Brawnen gegen Ares. Und mal sehen, wie wir uns da schlagen. Zu Beginn jedes Spiels bekommt jeder Spieler seine Fortress, also seine Burg, wo halt seine Produktion stattfindet, seine Kaserne, das ist dieser Tray, wie er gleich funktioniert, zeige ich euch. Und ganz wichtig natürlich noch der entsprechende Referenz-Cheat zur Fraktion, denn hier steht alles drauf, wie diese Burg funktioniert, was sie alles tut und natürlich auch spezielle Fähigkeiten für die einzelnen Einheiten. Das ist essentiell, das solltet ihr auf alle Fälle neben euch bereitlegen. Das werdet ihr permanent im Spiel benötigen, auch im Solo-Spiel. Wir hatten ja festgestellt, Brawnen und Ares wird unsere primäre Fraktionen sein, die wir spielen. Somit jetzt hier beginnend mit den Brawnen. Starten wir zuerst mit der Burg. Zur Burg gibt es diverse Würfel jeder Fraktion. Könnt ihr nachher, wenn ihr eure Burg weiter ausbaut, die einzelnen Gebäude, die hier drin sind, kommen diese Würfel gegebenenfalls zum Einsatz. Am Anfang sind es komplett noch leer, da kommt noch nichts rein, legt ihr erstmal nur zur Seite. Des Weiteren benötigt ihr so kleine Stifte, die ihr in den entsprechenden Gebäude hineinstecken könnt, je nachdem welche Ausbaustufe euer Gebäude habt. Nehmt ein paar, sind genug da im Spiel, wenn ich denke mal jeder 10 Stück hat, ist das auf alle Fälle mehr als ausreichend. Mehr werdet ihr nicht benötigen. Des Weiteren hier auf der linken Seite, diese Aussparung, hier wird eure Ressource, und zwar die sich ja Source nennt, gemanagt. Und da habt ihr hier so einen Chip, der ist blau für die Source, für eure Energiequelle. Am Anfang natürlich auf 0, die bekommt ihr dann im Spiel durch Besiegen von Einheiten, durch Besiegen von Türmen, durch sonstige Effekte im Spiel immer wieder Source, also eure Währung, mit denen ihr natürlich dann eure Burg ausbauen könnt. Und natürlich neue Einheiten auch erwerben könnt. Achtet dabei, dass ihr die richtige Seite nehmt, denn es gibt nämlich noch eine zweite Seite, da geht es von der Source her über 20 hinaus. Mehr als 20 dürft ihr nicht haben in dem Spiel, unter normalen Umständen. Es gibt ein paar Ausbaumöglichkeiten, dass es doch erlaubt, über die 20 hinaus zu gehen, denn dann dürftet ihr den Chip umdrehen. Aber im Regelfall werdet ihr mit dieser Seite spielen. Die rechte Seite, die Anzeige für die Gesundheit eures Tores oder wie stark eure Burg noch ist, die startet am Anfang bei 10. Auch hier gibt es eine zweite Seite, die über die 10 hinaus geht. Werdet ihr im Regelfall nicht haben, es sei denn die Szenarien sagen etwas anderes oder ihr beschließt es eventuell in einem Spiel PvP, einfach eure Lebenspunkte aus eigenen Regeln her höher zu setzen. Dann könnt ihr natürlich auch die andere Seite wählen. Aber im Grunde nach gerade jetzt hier für unseren Solo-Modus auf alle Fälle bei der 10 einloggen, das sind eure Start-Helf-Points. Und das ist euer wichtigstes Ziel, dass diese Punkte oben bleiben, dass das Tor nicht fällt, denn wird hier eine 0 angezeigt, dann ist eure Burg gefallen und ihr habt weitestgehend verloren. Zu jeder Fraktion gibt es noch einen Markier-Chip. Der wird nur nötig sein, wenn ihr mit mehr als zwei Spielern spielt, also im Solo-Modus sowieso nicht. Aber wenn ihr halt zu dritt oder zu viert spielt, müsst ihr nämlich deklarieren, welche Fraktionen durch eure momentanen Einheiten, die auf dem Feld sind, angegriffen werden. Ihr müsst also euren Einheiten ein primäres Ziel geben, wohin sie sich bewegen. Und das macht ihr halt mit dem Chip, indem ihr halt auf die gegnerische Burg oder Fraktion den Chip drauflegt und dann werden eure Einheiten dorthin marschiert. Wie gesagt, ist nur nötig bei mehr als zwei Spielern, denn wenn ihr zu zweit seid, dann ist ja klar, wer der Gegner ist, wo die Einheiten hinwollen und beim Solo-Modus sowieso. Deswegen hier auf alle Fälle für uns keine Verwendung. Hier auf der rechten Seite, das ist die Kaserne, aus der wir schöpfen, aus der jeder Spieler schöpft, auch der Gegner der KI, wenn wir im Solo-Modus sind. Fangen wir mal mit der hinteren Reihe an, wo hier so zwei Aussparungen sind. Dort werden eure Türme platziert. Bedeutet, wenn ihr im Spiel irgendwo Türme baut, dann nehmt ihr diese aus, diesen Bereich aus eurer Kaserne. Achtet darauf zu Beginn des Spieles, dass ihr die Türme auf der richtigen Seite in eurer Kaserne hineinpackt. Und zwar, dass hier kein Stern drauf ist. Später, wenn ihr eure Burg ausbaut oder andere Effekte habt, dann könnt ihr dann auch auf die Rückseite zugreifen, was wieder ein neuer Turm mit einer neuen Fähigkeit. Und dann hat mit diesem Stern drauf, dann habt ihr dann beide Möglichkeiten. Aber am Anfang immer grundsätzlich, wenn ihr das Spiel aufbaut, immer die Seite wählen, wo kein Stern aufgezeigt ist. In den nächsten beiden Reihen eurer Kaserne sind die Minions oder die Truppen, die ihr in den Kampf schickt. Ich bitte habe Verständnis, dass ich immer mal ins Englische zurückfalle, weil das Spiel halt komplett auf Englisch ist. Aber wie gesagt, die englische Sprache ist hier nicht ganz so wichtig. Denn wenn ihr einmal die Fähigkeiten wisst von den einzelnen Einheiten, dann ist das Spiel relativ sprachneutral. Es gibt ein paar kleine Sachen, die man übersetzen muss. Aber im Grunde kommt ihr auch mit der englischen Version, denke ich mal, sehr, sehr gut zurecht. Ihr habt sechs verschiedene Truppentypen, sogar zwölf. Denn auf der Rückseite sind natürlich auch wieder, genauso wie bei den Türmen, entsprechende andere Einheiten. Aber auch hier drauf achten, dass ihr nicht die Seite mit den Sternen zuerst wählt, weil dafür benötigt ihr diverse Ausbaustufen. Zu guter Letzt in der vordersten Reihe sind eure drei Helden. Jede Fraktion hat basismäßig im Spiel drei Helden. Warum sage ich basismäßig? Es gibt noch mehr Helden und zwar über den Markt, über die Söldner könnt ihr euch noch mehr Helden anwerben. Das heißt, ihr werdet dann nicht nur mit euren Dreien gegebenenfalls zu tun haben, sondern mit mehr. Aber seit dahingehend beachtet, ihr könnt gleichzeitig im Spiel maximal nur zwei Helden haben. Das sei schon mal gesagt, aber manchmal ist ja die ein oder andere Sache vielleicht doch nicht ganz so schlecht. Oder der eine Held ist vielleicht besiegt. Dann kann man sich halt in der Marktphase vielleicht einen weiteren Helden holen, damit man ihn wieder ins Spiel bringt. Helden sind natürlich mächtige Kreaturen oder Wesen oder was auch immer, denn sie verfolgen keinen Pfad, den sie bestreiten. Denn hier könnt ihr die Züge frei wählen, denn auf dem Spielfeld. Wie das funktioniert, werde ich euch natürlich dann im Spiel zeigen. Aber die Helden sind so eure wichtigste Option in dem Spiel, damit ihr halt nicht nur von den Truppen, die einen statischen Weg formen und die ihr auch dann ausführen müsst, habt ihr halt die Helden dahingehend, um das Ganze ein bisschen noch tiefgründiger zu machen, eure Taktik natürlich dahingehend abzustimmen. Wie unterscheidet man die drei Sachen eigentlich? Das ist relativ einfach zu erkennen. Und zwar Helden haben immer so eine goldene Umrandung. Dann haben wir die Truppen, die Minions, die haben so eine braune, bronzene Umrandung. Und die Spires, die Türme, so eine graue Silberne. Und damit kann man das relativ gut erkennen. Gleiches Prinzip macht natürlich jeder Spieler, somit auch hier für unseren Gegenpart in der Solo-Kampagne oder dem Solo-Szenario die Airs. Auch hier die entsprechenden Tracker. Ich habe sie übrigens hier ein bisschen zur Seite gedreht, weil ihr habt hier jeweils so eine kleine Markierung, wo halt der entsprechende Tracker sein soll. Also nicht unbedingt statisch nach oben auf 12 Uhr, sondern direkt dort, wo diese Markierung ist. Deswegen hier erstmal 0 Source und hier 10 Lebenspunkte, die Packs, die Würfel und natürlich auch die entsprechende Kaserne, wo hinten wieder die Spires sind, die Türme, die Minions, die Truppen und unten die Helden. Kommen wir zum nächsten Schritt und zwar der Aufbau der Landmasse. Zuerst mal wieder für den PvP-Mode, weil der ist hier total differenziert als das, was wir im Szenariobuch haben. Im Szenariobuch, gucken wir uns gleich an, wird es eine vorgefertigte Karte gehen, die er einfach so aufbaut, wie es im Buch drin ist. Für den PvP-Mode ist das alles ein bisschen mehr zufällig gedacht. Und deswegen möchte ich kurz darauf eingehen, weil wie gesagt immer noch meine Empfehlung, spiele zuerst ein paar Partien PvP, auch wenn ihr gegeneinander selber spielen wollt, wenn ihr nur alleine seid. Auch das funktioniert, um das wenigstens ein bisschen kennenzulernen, geht das auf alle Fälle. Ihr benötigt als erstes eine Hex-Cube und zwar diese Zentrale mit diesem Wald in der Mitte, dieser Source-Quelle, dieser blaue Punkt, das sind immer diese Source-Quellen, also dort, wo dann auch später die Türme drauf platziert werden dürfen und mit einem Weg ringsherum. Es gibt verschiedene Terrattypen hier im Spiel, das wird auch diverse Auswirkungen haben. Wir haben einmal hier Wasser, wir haben hier Wald, dann ganz normale Pfade, hier unten ein bisschen Ödland und Berge. Diese Terrattypen haben wir und die haben auch teilweise taktische Bedeutung, je nachdem, wo eure Einheiten hingehen können. Zu Beginn, wie erwähnt, benötigt ihr dieses spezielle Hex-Cube mit diesem Source im Wald in der Mitte und dem Weg ringsherum. Das ist euer Zentralhex-Feld und das platziert ihr erstmal auf den Tisch. Die anderen sieben Inselteile, die mischt ihr erstmal und bildet daraus eine Stapel. Über die Erweiterung Portal Seekers gibt es noch zwei weitere Inselteile. Die werden im Standardspiel ganz normal hier mit eingemischt. Das heißt, ihr könnt da noch mehr aus mehr Variabilität schöpfen. Standardspiel heißt immer PvP. Es gibt aber über Portal Seekers noch einen weiteren Game-Mode und zwar da mit einer Anomalie zu spielen. Da wird nämlich eine separate Insel gebildet aus diesen beiden Teilen. Wie das dann beschrieben ist, ist in den Regeln, da möchte ich aber heute nicht weiter drauf eingehen. Wir wollten uns ja primär mit dem Solo-Modus beschäftigen. Deswegen nehme ich diese Sachen jetzt mal aus dem Spiel, weil ich will euch ja auch nur jetzt hier exemplarisch einfach mal aufzeigen, wie ihr die Karte im PvP aufbaut. Habt also diese sieben Stück und jetzt gruppiert ihr ringsherum um dieses Zentralhex. Passen genau sechs Stück hin. Ringsherum bleibt halt eins übrig und das legt ihr ungesehen in die Schachtel zurück. Dann sieht das im Gänse so aus, ein bisschen schwierig jetzt auf meiner schwarzen Matte zu erkennen. Den Unterschied aber jedenfalls sind hier diese sechs Inselteile ringsherum platziert. Und der erste Spieler, den müsst ihr natürlich irgendwie festlegen, wer der erste Spieler sein soll im PvP. Im Solo-Modus ist auch das wieder festgelegt, wer erster Spieler ist. Deswegen ist das da nicht ganz so kompliziert. Aber hier müsst ihr jetzt einen Spieler auserkoren, der der erste Spieler ist. Und der fängt jetzt an, ein Teil aufzudecken, es zu platzieren hinsichtlich der Rotation und dann seine Burg dran zu bauen. Gehen wir mal näher ran in das Teil, was sich jetzt vermeintlich ein Spieler wählt. Gehen wir also mal exemplarisch von aus. Der erste Spieler wählt jetzt dieses Teil, was er gerne aufdecken möchte. Er dreht es um und legt es jetzt so in einer Orientierung an, wie er gerne möchte. Er muss aber dabei Folgendes beachten. Ein Weg, was dieses Graue ist, muss immer direkt zum Zentralteil führen. Da darf also kein Hindernis dazwischen sein, muss also grau an graues Felsen sein, was hier relativ einfach ist. Des Weiteren muss er später dann, oder gleich jetzt in dem Zug, dann seine Burg mit anlegen. Er hat da nicht allzu viele Optionen und die Burg muss folgende Sachen haben. Sie muss vom Eingang her einen Zugang zum Teil haben, über einen Weg. Des Weiteren muss sie eingeschlossen sein von drei solchen Hexfeldern. Man darf es also nicht hier oben dran machen und dann ist da nichts mehr. Es müssen immer drei Felder sein, obwohl nur einer einen Zugang haben muss. Es muss also nicht mehrere sein. Und es darf natürlich nichts mit irgendwelchen anderen Inselteilen da kombiniert werden oder überlappen. Dann machen wir das einfach mal so. Es liegt gerade sehr günstig. Platzieren es einfach mal hier so hin. Dann haben wir auf alle Fälle die erste Voraussetzung schon mal geschafft. Dieses Teil hat einen Weg zum Zentralteil. Das ist erstmal Voraussetzung Nummer 1. Zweiter Schritt. Der Spieler platziert seine Fortress entsprechend der Regeln. Regeln, wie hatte ich ja gerade erwähnt gehabt, es muss mindestens ein Weg zum Eingang führen. Hier in dem Fall sind es sogar zwei. Hat man halt die Möglichkeit, aber es muss nicht so sein. Und es müssen drei Felder um den Eingang direkt dran gebaut werden. Man kann also das Ganze nicht so platzieren. Das ist nicht gestattet. Des Weiteren darf natürlich nichts mit irgendwelchen anderen, man sieht es ein bisschen schlecht hier auf meiner schwarzen Matte, da überlappen. Also ich kann das Ganze auch nicht so bauen jetzt. Ich hätte ja drei Felder, hätte einen Zugang, aber ich würde hier über ein anderes Planteil drüber gehen. Das ist nicht gestaltet. Ich darf es berühren, Grenze an Grenze. Das ist möglich. Aber ansonsten halt wäre das jetzt hier die korrekte Verfahrensweise. Die anderen Spieler machen dies jetzt natürlich auch in einem Zweispielerspiel. Darf sich der zweite Spieler jetzt irgendeine Teilaussuchung genau nach demselben Regeln seine Burg dran bauen. Das Teil so orientieren, dass auch ein Weg ist zwischen Burg und dem Zentralteil. Und danach werden im Uhrzeigersinn, also beim Zweispielerspiel abwechselnd, dann die anderen Teile aufgedeckt und entsprechend so platziert, wie man es gerne möchte. Aber auch hier muss wieder mindestens der Weg da sein zu dem entsprechenden Hexteil bzw. zur Inselteil. In einem Dreispielerspiel oder Vierspielerspiel ist das noch ein bisschen komplizierter, obwohl nicht so viel. Denn da darf in einem Dreispielerspiel der Spieler, der als nächstes dran ist, eins der nächsten drei Teile aufdecken. Im Uhrzeigersinn gesprochen und dann der nächste Spieler drei Teile entfernen. Und so wird sich quasi diese Sache hier ringsherum drapieren. Und in einem Vierspielerspiel die nächsten zwei Teile. Und dann darf man sich halt eins aussuchen, aufdecken, Burg dran bauen. Und am Ende, wenn alle ihre Burgen platziert haben, natürlich die restlichen Teile wieder aufdecken und entsprechend der korrekten Orientierung an das Zentralteil anlegen. Aber das ist nur für den PvP-Mode. Kommen wir wieder zurück zum Solo-Modus. Im Solo-Modus erkennt ihr den Aufbau eurer Landmasse anhand der entsprechenden Szenarien, die ihr euch gewählt habt. Wir fangen ja hier mit dem ersten Szenario bei den Braunen an und haben hier die entsprechende Landmasse, wo die einzelnen Fraktionsburgen sind und natürlich welche entsprechende Inselteile in welche Orientierung gelegt werden. Wer das hier nicht direkt erkennt, welche Inselteile was sind, sie haben alle so eine Zahl direkt dran, so eine blaue. Und dann habt ihr ein paar Seiten zurück, hier nochmal eine Legende mit allen Zahlen und allen Inselgruppen etwas größer dargestellt, sodass ihr es auch bestimmt leicht findet, um das Ganze gut platzieren zu können. Neben den ganzen Planteilen gibt es natürlich auch schon ein paar Sachen, die drauf platziert werden. Es ist hier in den rechteckigen Kästchen angegeben. Komme ich gleich näher drauf zu sprechen. Doch eine Sache möchte ich euch noch auf den Weg geben. Wir sind ja jetzt hier in der ersten Mission, das heißt, wir fangen frisch an. Wenn ihr später weitere Missionen spielt oder die Kampagne durchspielt, dann habt ihr vor dem Setup noch etwas anderes, was ihr tun müsst. Und zwar habt ihr Möglichkeiten, irgendwelche Sachen, die ihr aus der vorangegangenen Mission geschafft oder nicht geschafft habt, hier aufs Spiel einwirken zu lassen. Und ihr habt nicht die Möglichkeit, ihr müsst das sogar machen. Das heißt also, je nachdem, wie ihr gut oder schlecht die vorangegangene Mission erfüllt habt, könnt ihr das Einfluss haben auf die nächste Mission. Und das steht hier bei Carryover beschrieben, was ihr da beachten müsst. Und das kann total differenziert sein. Man sollte sich vielleicht auch einfach mal die nächste Mission kurz angucken, was für Einfluss das hat, welche Mission man gerade spielt, damit man sich vielleicht darauf auch einstellen kann. Hat jetzt hier in unserer ersten Mission überhaupt keine Relevanz, da gibt es also nichts, was wir irgendwie übernehmen können. Dann würde ich einfach sagen, ich suche mir jetzt die entsprechenden Inselteile raus und platziere das halt so, wie es hier angegeben ist. Ich hoffe, ich kriege es in die Kamera gut eingefangen. Habe ich mal die entsprechenden Inselteile rausgesucht, waren vier Stücke, lassen sich hier zentral recht gut platzieren. Und wenn ich kurz rüber schwenke, haben wir dort den Eingang von uns, von den Brawnen, weil wir spielen als Brawnen. Und die Gegner werden die Airs sein, die hier rauskommen. Ich werde natürlich dann im Spiel und auch jetzt bei den weiteren Aufbauschritten immer noch näher an die Inselteile rangehen, um einfach euch ein bisschen einen besseren Überblick schaffen zu können, was halt am Schlachtgetümmel dran teilnimmt. Es ist meistens egal, was hier hinten gerade passiert, wenn das Hauptgeschehen hier stattfindet. Nächster Schritt, Startvoraussetzung für unsere Fortress. Hier unten die 10, die Lebenspunkte und hier die 0, unsere verfügbare Source, unsere Ressourcen. Ich werde sie die ganze Zeit also Source nennen, so wie es auch vom Spiel vorgesehen ist, die wir uns jetzt hier einloggen. Hier also die 10 Lebenspunkte für unser Gate, für unser Tor hier, für unsere Burg und natürlich 0 Source am Anfang. Da können wir nicht allzu viel mit anfangen. Für unseren Gegner die Airs dasselbe Prinzip, auch hier 10 Lebenspunkte und 0 Source zum Anfang. Da haben wir wenigstens ausgeglichene Voraussetzungen. Doch damit soll es das auch mit der Ausgeglichenheit gewesen sein, denn hinsichtlich des Setups haben natürlich unsere Gegner die Airs einen erheblichen Vorteil gegenüber uns. Dann werfen wir einen Blick jetzt auf die Karte für die Buchstaben, die hier drauf sind, dann sehen wir, dass die Airs hier die Dominanz haben. Denn das Einzige, was von den Brawnen ist es hier bei E, das ist unser Held und zwar Grand The Mighty. Das ist also der Held, mit dem starten wir, der wird an dieser Position starten. Alles anderes, A, B, C und D und sogar F, der F ist nämlich der Held der Airs, das sind natürlich auch Spires, das heißt Türme von unseren Gegnern. Erkennen wir auch an der Bezeichnung der Türme, denn die Highrise, die Minaret und die Regal Lockout Spire, das sind alles Spires bzw. Türme der Airs. Keiner davon ist namentlich bei den Brawnen hinterlegt und die werden wir jetzt auch so auf das Spielfeld aufbauen. Wie tun wir das? Fangen wir mal hier bei A an, was dieser hier unten wäre. Da haben wir hier einen Highrise. Dann nehmen wir hier den Chip für den Highrise und legen ihn erstmal so hin. Und danach haben wir die Angabe ARR. A bedeutet, dass wir einen Angriffschip benötigen. Das ist quasi die Angriffsstärke dieses Turmes. Und R ist die Reichweite des Turmes. Grundsätzlich haben die Türme immer eine Reichweite von 1, aber für jeden weiteren Chip, den sie drauf haben, erhöht sich die Reichweite um 1. Und hier kommen sogar 2 dazu. Das heißt, dieser Highrise hat eine Reichweite von 3 und dann wird genau so aufgebaut von links nach rechts wie oben nach unten. Das heißt, direkt unter dem Turm kommt der Angriffschip und danach die beiden Reichweiten. Diesen platzieren wir dann auf die Karte bei A. Ich lege ihn erstmal hier unten hin. Dann haben wir den nächsten B. Das ist ein Minaret Spire. Das ist dieser. Im Grunde nach, wir gucken uns nachher auch im Spielgeschehen nochmal die Chips im Detail an, wie sie funktionieren, welche Fähigkeiten alles hier eine Rolle spielt. Doch jetzt zum Aufbau soll es erstmal so reichen. Dennoch, die Türme haben hier unten so kleine Punkte. Das sind die Möglichkeiten an Upgrades, die sie haben können. Das heißt also, die Chips, so wie hier, die drunter platziert werden können. Das heißt, der Minaret dürfte eigentlich nur 3 Erweiterungen haben. Doch ihr seht hier schon die Angabe. Und zwar AA, RR und dann noch jede Menge Fs. Das ist garantiert mehr als 3. Deswegen, die künstliche Intelligenz wird hier von den Regeln abweichen. Wir als Spieler müssen uns an die Regeln halten. Das heißt, wir dürfen nicht darüber hinausgehen, wenn wir irgendwelche Türme bauen. Die AI hinsichtlich des Solo-Modus, das steht in den Regeln direkt drin. Die wird davon abweichen, wenn es das Spiel so vorgibt. Bekommt also dieser Minaret in Summe 8 Erweiterungen, 2x Angriff, 2x Reichweite und 4x Befestigungen, was es noch schwieriger macht, diesen dann zu zerstören. Das wäre dann hier bei B. Bei C haben wir noch einen weiteren Hi-Rise. Der ist nicht ganz so gefährlich. Der hat nur einen Angriff und eine Befestigung. Und dann haben wir bei D hier noch einen Regal Lockout mit 2 Reichweite und einen Angriff. Das Problem bei Deepsons ist nicht unbedingt der Angriff, sondern eher die Fähigkeiten, die er hat. Aber das werden wir dann im Spiel noch kennenlernen, was ich damit meine. Kommen wir zu Punkt E. Das ist Kram de Mighty. Das ist unser Held, mit dem wir im Spiel starten. Das ist auch eine Besonderheit wieder im Solo-Modus. Im normalen Spiel habt ihr am Anfang nicht diesen Helden. Ihr habt nämlich nur einen Helden zur Verfügung. Also ihr habt schon alle Helden, die ihr möglich habt, aber ihr dürft am Anfang in der ersten Welle nur den Helden platzieren, der hier eine 0 stehen hat. Das sind nämlich die Kontrollpunkte oder die Command Points, die wir verwenden dürfen, um halt Kreaturen bzw. Truppen und Helden zu platzieren. Das bedeutet, dass wir in Welle 1 nur diesen platzieren dürfen. Hier im Solo-Modus ist es anders. Er wird ja auch nicht platziert. Er kommt ja direkt schon ins Schlachtfeld hinein. Somit die Regel damit etwas ausgehebelt. Gucken wir kurz mal nach seinem Chip an, was wir erstmal jetzt benötigen. Und zwar der obere Wert. Da komme ich, wie gesagt, später noch drauf zu sprechen, was das hier alles ist. Wir haben auf alle Fälle 5 Lebenspunkte. Und dann nehmen wir hier 5 von diesen Half-Chips. Das sind die Premiums, gibt natürlich auch die normalen, wenn ihr die noch habt, die reichen auch vollkommen aus. Und der kommt dann hier später dann bei E platziert. Dann brauchen wir noch einen und zwar F. Das ist DARP. Und da ist so ein Sternchen dahinter. Was bedeutet, dass der Held, der Gegner, auf der Seite mit dem Stern startet? Also quasi auf der aufgestiegenen Version. Dann bekommen wir auch hier 3 Lebenspunkte dazu, 3 Half-Chips. Und 1xA steht dahinter. Das heißt, derjenige bekommt noch eine Aufwertung von einer Angriffsstärke, die wir dann auch noch so platzieren. Dann nehmen wir jetzt unseren zusammengestellten Chipstapel und platzieren den doch einfach mal auf der Landkarte. Dann sieht das erstmal so aus. Dort haben wir unseren Kram, unseren Helden vor unserer Burg. Dann haben wir hier schon die ersten beiden Türme. Der R ist und dann schwenke ich mal nach rechts rüber. Da sind die R ist mit den zwei weiteren Türmen. Und DARP ist erstmal nur in der Fässung. Er ist noch nicht auf dem Schlachtfeld. Doch wir sind noch nicht ganz fertig, denn die Karte könnte sich noch ein klein wenig modifizieren. Denn wir haben hier oben im Setup-Bereich eine Anweisung, die wir zu tun haben. Und zwar sollen wir einen D6 werfen. Und je nachdem welches Ergebnis kommt, können sich die Positionen der Türme noch verändern. So wird auch jedes Mal, wenn ihr spielt, eventuell die Ausgangssituation eine ganz andere sein. Und dann gibt es hier diesen schönen Wolkenwürfel. Dann schauen wir mal, was wir bekommen. Wir haben eine 6-Würfel. Gucken wir mal, was bei der 6 steht. 5 und 6. Wir sollen B und D miteinander tauschen. Gucken wir nach, was ist B und D. Die beiden werden jetzt miteinander getauscht. Heißt, dieser geht hier hin und dieser geht hier hin. Im Grunde wären wir jetzt mit dem Setup fertig. Doch eine kleine Änderung möchte ich dennoch hineinbringen. Wir werden natürlich mit Helden und dann auch mit unseren Truppen hier über das Feld laufen. Und der Gegner wird das gleiche tun. Die Türme erkennt man ja an dieser etwas silbernen Umrandung. Dennoch, auch im Gegensatz zu dem, was ich in meinem Unboxing gesagt habe, habe ich mir doch etwas geleistet. Und zwar, ich war ja in Essen und dort war natürlich auch Ship Serial Games. Und ich kam dann dennoch nicht umhin, mir die Miniaturen für die Spires zu besorgen, weil sie einfach gigantisch aussehen. Spielerisch haben sie überhaupt keinen Effekt, aber dennoch sehen sie toll aus und heben sich halt ein bisschen vom Feld ab. Und deswegen werde ich jetzt hier farblich passend die Air Spire Models hier drunter platzieren und das Ganze dann verändern. Und dann sieht das abgeändert dann so aus, dass wir hier die ganzen Spires haben von den Airs. Die Upgrade Chips hier unten drunter platziert, kann man sehr gut einblicken und weiß direkt, was für Upgrades sie haben. Und da hinten unser armer Gram, der einzige, der momentan da ist. Und unser Ziel ist natürlich, hier durchzukommen. Beziehungsweise gucken wir uns mal das Szenariobuch genauer an, was wir eigentlich zu tun haben. Als Gram der Mächtige den Keller betrat, war er nicht überrascht, den muskulösen Ministerpräsidenten Orsch oder Grams eigenen Leugner an Klav zu sehen. Was den General augenblicklich sprachlos machte, war die andere Gestalt im Raum, auf der sich seine Landsleute zum Zeitpunkt seiner Ankunft alle konzentriert hatten. Ein leicht angeschlagener, voll ausgereifter Air, der derzeit an einem Stützbalken in der Nähe der Raumrückwand festgebunden war. Seine zerknitterten grauen Federn kennzeichneten ihn, sofern Gram sich nicht irrte, als Taubenblut eher. Taubenblüter und andere ähnliche Airs waren für ihre Wendigkeit und Ausdauer während des Fluges bekannt, was sie zu hervorragenden Speeren machte. Gram erkannte dies alles auf einen Blick, aber es dauerte einen Moment länger, bis sich diese Information in die Erkenntnis verwandelt hatte, von der er wusste, dass sie eingetreten war. Ein Kontingent von Klavs Leuten musste einen über Draht fliegenden Air-Kundschaft abgeschossen haben. Eine solche Aufklärung wurde durch einen Vertrag zwischen Draht und der Air-Insel Will für beide Seiten verboten. Aber die militärische Führung beider Nation vermutet, dass die jeweils anderen ungeachtet dessen handelten. Gram hatte ähnlich verdeckte Streifzüge in den Außenbereich von Will zugelassen, aber bislang war keiner der Spion in seiner Armee gefangen worden. Das ist genau das, was wir gebraucht haben, um gegen die Airs vorzugehen, murmelte Orsch und legte eine Hand auf Grams Schulter. Ich möchte dich in zwei Tagen auf dem Feld haben. Nutze die Nacht für einen Schlachtplan und zeige ihn mir im Laufe des Tages. Wir werden sicherstellen, dass Draht über diesen Air-Vorstoß informiert wird. Die Leute werden hinter dir stehen. Ich möchte, dass du dich so schnell wie möglich bis vor die Tore Testaments schlägst. Es ist mir egal, wie du das machst. Aber Gram, bring unbedingt unsere Architekten zum Einsatz. Ich möchte so schnell wie möglich einen Zustrom von Source. Und dabei hilft uns natürlich das Szenariobuch. Weil auf der nächsten Seite nach dem Setup geht es los mit den Zielen, die wir verfolgen können bzw. sollen. Win und Loose Condition. Also wann gewinnen wir, wann verlieren wir. Gewinnen tun wir, wenn wir am Ende in diesem Szenario eins von diesen drei Zielen erfüllt haben. Verloren haben wir, wenn wir das natürlich nicht geschafft haben oder unser Helm Kram the Mighty besiegt worden ist. Schauen wir uns kurz die drei Missionsziele an, die uns möglich sind. Teilweise können wir sogar alle erfüllen. Und zwar der erste, alle Minaret-Türme müssen zerstört worden sein. Also wenn keine Minarets mehr auf dem Spiel sind, wenn das Spiel endet, also am Ende von Welle 4, weil das Spiel wird in Wellen gespielt, werden wir uns dann gleich angucken. Und sollten wir das am Ende geschafft haben, bekommen wir eine von diesen Kronen. Das sind diese Belohnungssachen. Komme ich gleich drauf zu sprechen, was es damit auf sich hat. Dann haben wir das nächste Ziel, und zwar alle gegnerischen Türme wurden zerstört. Also alle von den Errs, alle Türme sind kaputt gegangen. Das beinhaltet natürlich das obere mit. Dann bekommen wir nämlich sogar zwei von diesen Belohnungskronen. Und wenn wir es sogar geschafft haben, das gegnerische Tor kaputt zu machen, der Festung, also die zehn Lebenspunkte runterzuschlagen, dann endet das Spiel und bringt uns auch eine Belohnung. Das ist aber nicht unbedingt nötig, dass wir dann diese Türme vorher kaputt gemacht haben. Es würde auch reichen, wenn wir an die Burg rankommen und sie kaputt machen, was aber meistens sehr, sehr schwierig ist. Denn an den Türmen müssen wir vorbei, und da ist halt Angriff, die beste Verteidigung, Türme wegmachen, dann kommt man auch schneller ans Tor. Weiter geht es mit den szenariospezifischen Regeln. Und hier ist eindeutig gesagt, dass Kram der Mächtige der einzige Held ist, den wir als Held benutzen können. Wir können also die anderen Helden oder später dann auch über die Market-Phase werden gegebenenfalls Helden bereitgestellt. In diesem Szenario dürfen wir nur mit Kram spielen. Kein anderer Held darf genutzt werden. Kommen wir zu den nächsten Punkten, die zu beachten sind. Und zwar die AI-Notes. Da ist so ein bisschen die Mechanik beschrieben. Was macht die künstliche Intelligenz? In dem Falle die Airs, was machen die mit uns? Das sind so ein paar Prioritätssachen meistens angegeben. Auf welche Ziele gehen sie zuerst? Wen verfolgen sie? Wen greifen sie zuerst an? Und das ist hier beschrieben. Wir haben ja nachher, wenn wir direkt in den Kampf hineinkommen, nochmal drauf zurückkommen, was das alles bedeutet, in welcher Reihenfolge es abgehandelt wird. Gleiches gilt hier auch für die AI-Talente. Das sind halt spezifische Sachen, die ja auf den Chips drauf sind. Also bestimmte Fähigkeiten, die die Einheiten haben. Diese differieren teilweise mit den Fähigkeiten, wie sie in einem PvP-Spiel verwendet werden. Deswegen war halt auch meine Empfehlung, spielt es erstmal im ganz normalen PvP, um überhaupt ein Feeling für diese Fähigkeiten zu bekommen. Denn im Solo-Modus ändern die sich ein klein wenig. Denn hier ist ja kein Spieler dahinter, der die Entscheidung für die Fähigkeit trifft, sondern eine AI. Und das wird hier nochmal explizit angegeben, wie das dann funktioniert. Auch das werden wir im Spiel dann auf alle Fälle nochmal behandeln. Zu guter Letzt hier auf dieser Seite haben wir noch die Ereignisse, die eintreten können. Im normalen Spieler-gegen-Spieler-Szenario ist es so, dass die Ereigniskarten zieht. Wenn dann die Ereignisphase dran ist, wann das ist, werde ich euch natürlich alles dann während des Spielablaufs erklären, wie es funktioniert. Werden halt Karten gezogen und die Effekte ausgeführt. Im Solo-Modus werden die Ereigniskarten überhaupt nicht benötigt. Die könnt ihr quasi in die Schachtel wieder zurück tun. Denn hier werden die Ereignisse über einen Würfelwurf getriggert. Ihr würft also den Würfel. Und je nachdem, welches Ergebnis ihr erwürfelt habt, wird der entsprechende Effekt ausgeführt und muss ausgeführt werden. Und der ist manchmal nicht unbedingt sehr angenehm. Aber okay, das erstmal nur zum Hintergrund zu wissen. Wir haben aber noch ein paar kleine Aufbauschritte, die wir noch nachholen müssen. Wir werden nämlich jetzt unsere Landmasse mit ein paar unvergesehenen Ereignissen bestücken. Und zwar irgendwelche Landschaftsmarkierungen, aus denen dann immer irgendwas raus hervorgeht. Da gibt es im Spiel ganz, ganz viele. Wir haben hier solche mit einem Tempel, dann einen Sumpf, dann so einen Monolithen. Und dann haben wir hier noch so einen speziellen. In einem PvP könnt ihr das auf alle Fälle zur Seite legen. Der wird nur über ein bestimmtes Ereignis getriggert. Ihr benötigt da nur diese. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Solo-Modus. Mit der Erweiterung Portal Seekers kommen noch ein paar mehr Landschaftsteile dazu. Und zwar diese. Wobei wir aber nur diese drei, die wir hier schon dabei haben, hier ganz normal hinein mischen. Die anderen Landschaftsteile, die werden wir nicht benötigen. Die benötigt ihr nur, wenn ihr mit der Anomalie-Erweiterung oder Variante spielt. Was ja jetzt hier im Solo-Modus auf alle Fälle nicht eine Rolle spielt. Deswegen tun wir die jetzt einfach hier mit hinein mischen. Zumal wir jetzt am Anfang nur den Stapel der Sümpfe benötigen. Denn diese Landmarks werden jetzt alle Source-Quellen abdecken, die hier noch auf dem Feld vorhanden sind. Also alle die mit so einem pläulichen Punkt. Das sind halt diese Quellen von dieser Energie. Und die werden jetzt mit solchen Landmarks abgedeckt. Achtung, ich drehe mal kurz rum. Ihr habt auf eurem Burgen auch jeweils zwei von diesen Quellen. Die sind damit nicht gemeint. Die könnt ihr auch benutzen, um dort Türme zu bauen. Denn ihr dürft nämlich Türme nur auf diesen Quellen bauen. Und sie gehören auf alle Fälle euch. Ihr kann auch nie ein Gegner irgendwelche Türme bauen. Dann komme ich aber nachher noch in der Bildphase drauf zu sprechen, wann man halt wo irgendwelche Türme baut. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt also in diesem Punkt. Hier ist ein Sourcewell, hier und hier. Und alle anderen sind bereits abgedeckt durch irgendwelche anderen Türme beziehungsweise nicht vorhandene. Und jetzt sollen Sümpfe platziert werden und jeweils ein Sumpf als nächstes zu einem Burg. Das heißt, wir haben, drehen wir nochmal zu unserer Burg. Dieses hier ist das nächste zu uns. Und dieser ist der nächste zu den Ersten. Darüber hinaus gibt es ja keine anderen Sourcequellen mehr. Deswegen kommt hier ein Sumpfmark hin und hier ein Sumpfmark. Und dann nehme ich mal hier kurz meinen Stapel. Mische mal ganz grob durch, was man hier so hat. Und dann platziere ich einen hier hin verdeckt und einen hier hin. Und dann wissen wir nicht, was sich dort verbirgt. Für die letzte Quelle hier an dieser Stelle nehmt ihr alle verbliebenen Landschaftsteile und mischt auch wieder die verbliebenen Sümpfe hinein. Das ist jetzt eine ganze Menge. Ich habe da schon mal ein bisschen vorgemischt. Mal sehen, was ich jetzt hier einfach mal so aus der Mitte rausziehe. Ich hebe jetzt ab, das was oben drauf ist, das nehme ich. Und da haben wir dieses und dann platziere ich das hier hin. Okay, und dann denke ich mal, sind wir jetzt mit den Aufbauschritten durch. Bevor wir jedoch letztendlich fertig sind, noch ein paar kleine Sachen, die wir noch in die Vorbereitung bringen müssen, bevor wir ans Eingemachte können. Und zwar die Chip Trace hinsichtlich von Angriff, Reichweite, Befestigung, natürlich die Lebenschips. Das werden Chips sein, die werden wir immer mal wieder benötigen. Neben den Minions, den Truppen, die wir ja in die Kaserne platziert haben und dann zu jeder Festung am besten dort bereitgestellt hat, damit man weiß, dass die auch dort zugehörig sind. Als nächstes müssen wir noch den Markt präparieren. Der Markt besteht so aus einem Stapel von diesen Erdteilen, diesen kleinen Hexfeldern. Wie sie funktionieren, werde ich euch natürlich dann auch im Spiel zeigen. Des Weiteren könnt ihr, wenn ihr es besitzt, die Erweiterung Portal Seekers. Es gibt auch noch drei weitere, die sie hier ganz normal mit integrieren. Dann mischt ihr das Ganze gut durch. Da ich sowieso nicht weiß, wo jetzt was ist, werde ich das jetzt einfach so behelfsmäßig machen. Und dann deckt ihr schon das oberste Teil auf, weil das liegt dann für den Markt erstmal bereit. Des Weiteren fügt ihr die Söldnerchips dem Markt hinzu. Da gibt es noch eine ganze Menge. Auch hier sind schon die von Portal Seeker mit dabei. Wer sie nicht hat, sind nicht zwingend nötig, denn ihr braucht garantiert nicht alle Söldner. Zumal ihr je Marktphase nur ein bestimmtes Angebot habt. Und zwar ist das immer die Anzahl an Fraktionen, die daran teilnehmen. Also ist egal, ob das AI ist oder ganz normale Spieler, plus 1. Wir sind zwei Fraktionen, die Browning und die Airs, plus 1. Das heißt, drei Söldner stehen jetzt hier auf dem Marktplatz bereit. Dann haben wir hier mit einer goldenen Umrandung ein Held. Das nützt uns gar nicht, weil wir dürfen ja nur einen haben. Dann haben wir hier einen Gegenstand, Magic Like Missile. Okay, und dann haben wir hier noch einen Nomaden. Das ist eine ganz normale Truppe. Wie das alles funktioniert, natürlich dann während des Spiels gehe ich nochmal näher drauf ein. Im normalen PvP nutzt ihr jetzt noch die Ereigniskarten, die ihr gut zusammen mischt. Auch hier wieder, wer die Erweiterung zu Portal Seeker hat, der kann diese mit hinzufügen. Hier im Solospiel werden sie überhaupt nicht benötigt. Deswegen fliegen sie aus dem Spiel, aber was wir benötigen, sind die Reliktkarten. Es gibt manche Landschaftsteile oder sonstige Belohnungen, die uns Relikte ermöglichen, sie zu nutzen. Ob das jetzt hier in dieser Runde eine Rolle spielt, weiß ich nicht. Dennoch erstmal diesem Stapel mischen und bereitlegen. Wenn wir eine Relikt ziehen dürfen, dann werden wir es natürlich auch tun. Zu guter Letzt werdet ihr noch ein paar Würfel benötigen. Ich benutze wieder hier meine Würfelschale. Wir werden diesen Würfel immer mal wieder benutzen für die Ereignisse. Und wir werden für die Spires diese Angriffswürfel benötigen. Ich habe eins einfach mal drei rausgeholt. Wenn wir mehr brauchen, sind auf alle Fälle mehr zur Verfügung. Okay, liebe Freunde von Cloud Spire. Dann haben wir unser erstes Szenario für die Brawnin Kampagnen aufgebaut. Wir haben unseren einsamen Helden hier, der irgendwie dahinter möchte. Wir müssen ja die ganzen Türme wegmachen. Zumindest die Minaret Towers, die müssen weg. Ansonsten hätten wir das Missionsziel nicht erfüllt. Und natürlich muss er auch noch bis zum Ende der vierten Welle überlebt haben. Nicht zu vergessen, und das kann ich nur noch mal betonen, die ganzen Cheats. Brawnin. Erst, die ja jetzt hier dran teilnehmen. Dann, wer damit spielt mit Portal Seekers. Auch hier haben wir gegebenenfalls diese Landmarks eventuelle Möglichkeiten oder die Söldner, die ins Spiel gebracht werden. Besondere Fähigkeiten und neue Fähigkeiten. Auch hier sind diese beschrieben, werdet ihr benötigen. Und natürlich die Landmarks bzw. die Söldner aus dem Basisspiel werdet ihr auch die entsprechenden Eigenschaften benötigen. Wie eingangs erwähnt, ich werde nach diesem Play-Doh, das heißt, wenn wir das Spiel gewonnen oder verloren haben, je nachdem, so oft habe ich es noch nicht gespielt, seht es mir dahingehend nach, dass ich versuche, natürlich die Regeln so genau wie möglich euch zu erläutern und auch genau wie möglich zu spielen. Dennoch kann es und wird es mir wahrscheinlich passieren, dass die ein oder andere Sache mir dennoch mal durchrutscht. Dann einfach einen Kommentar unter das Video reinschreiben. Ich werde natürlich dazu dann Stellung beziehen und auch eine Erata reinschreiben, damit halt künftige, die das Video sehen, dann auch gleich wissen, ah, hier war ein Fehler, das muss man so und so machen. Doch wie eingangs erwähnt, ich werde zu jeder Fraktion, zu allen Eigenschaften dieser Landschaftsmarkierungen und auch zu den ganzen Söldnern und deren Eigenschaften extra Tutorials machen. Werden wir also quasi die Fraktionen daneben, sie explizit studieren, wie sie funktionieren und dann entsprechend dann je Fraktion wahrscheinlich ein Tutorial machen und natürlich dann noch vielleicht noch in Kombination Söldner und Landschaftsteile auch eins, so dass ihr euch da auch immer noch eine Referenz habt und das auch dann mal plastisch seht, wie es funktioniert. Doch das ist alles Zukunftsmusik. Wir sind hier und im Jetzt und werden natürlich dann das nächste Mal voll einsteigen, wie eine Runde abläuft. Natürlich die erste Welle schon mal aktiv bestreiten, wie sie funktioniert. Die Wellen werden natürlich von Mal zu Mal wahrscheinlich immer schwerer und natürlich auch wir werden natürlich immer mehr Möglichkeiten haben, uns in diesen Wellen zu stellen und wir müssen natürlich versuchen Land zu gewinnen. Das heißt also diese Türme irgendwo wegmachen und vielleicht dann auch selber irgendwelche Türme bauen, um dann die Gegner dann auch davon abzuhalten, unser Festungstor zu erreichen. So liebe Freunde von Cloud Spire, das war die erste Folge zum Aufbau von einer Partie Cloud Spire im Solo-Modus. Parallel bin ich natürlich auch auf das Spiel PvP, das heißt Spieler gegen Spieler ein klein wenig eingegangen, weil ich immer noch der Meinung bin, eine kleine Partie gegeneinander macht a. Spaß, wenn man die Leute hat, die da mitspielen und b. ist es natürlich für den Lerneffekt für eine Fraktion, die man spielt, essentiell, weil die Fähigkeiten, die charakterisieren so eine Fraktion und nur wenn man diese wirklich beherrscht, wird man eine Chance in dem Spiel haben. Nichtsdestotrotz, obwohl ich Cloud Spire noch nicht so exzessiv gespielt habe, wie es gegebenenfalls bei Too Many Bones war, liegt ganz einfach daran, dass Cloud Spire noch nicht so lange auf dem Markt ist und deswegen werde ich etwas blauäugig hier in meine erste Solo-Mission hineingehen und werde vielleicht sogar eins auf die Mütze kriegen. Der eine oder andere wird sich wahrscheinlich drüber freuen, dass ich mal auch ein Spiel verliere, weil ich ja doch immer sehr ambitioniert bin, ein Spiel zu gewinnen und da knobel ich schon teilweise wirklich hier hinter der Kamera ziemlich lange, um das Effektivste aus so einem Spiel rauszuholen. Aber es kann genauso schnell mal hier nach hinten losgehen, doch das werden wir dann erleben und dann hoffe ich natürlich, dass ihr das nächste Mal hier mit dabei seid, wenn ich in die erste Welle reinziehe und dann hoffe ich natürlich, dass ihr Spaß daran habt und dass ihr auf alle Fälle regeltechnisch was von dem Spiel mitnehmt. Sollte euch das Video gefallen haben, so hinterlasst mir doch bitte einen Daumen nach oben, empfehlt mich weiter, abonniert den Kanal, das würde mir auf alle Fälle helfen und da wünsche ich euch natürlich wie immer alles Gute, habt Spaß am Spiel, bis zum nächsten Mal, euer Genu. Bis zum nächsten Mal, Tschüss. 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 behave place движ omi